Heinrich Seidel, Das Huhn und der Karpfen Auf einer Meierei, da war einmal ein braves Huhn, das legte, wie die Hühner tun, an jedem Tag ein Ei, und kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Es war ein Teich dabei, darin ein braver Karpfen saß und still vergnügt sein Futter fraß, der hörte das Geschrei, wie's kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Da sprach der Karpfen, Ei, alljährlich leg ich ne Million, Ton, und rüh mich des mit keinem Ton, wenn ich um jedes Ei so kakelte, mirakelte, spektakelte, was gäb's für ein Geschrei!